Damit ein herzliches Willkommen! Ich bin Valencia Splendid und ich begrüße euch zum ersten Video von Fall Guys Season 4. In Zukunft wird es da noch mal ein paar Multiplayer-Folgen geben, aber heute bin ich mal nur ganz alleine. Ja, es gibt neue Shows und natürlich auch wieder viele neue Minigames und genauer gesagt sind das sieben. Ja, Truppshow gibt es und FG4041 ist die neue Show mit allen neuen Runden, die es gibt. Die werden wir auch dann gleich spielen. Dann gibt es noch, das habe ich persönlich noch nicht gespielt, das gibt es auch noch länger. Gewinnt als Trupp aus vier Fall Guys, kommt aus Gruppe oder findet einen Trupp? Ich habe das vorher bei einem Streamer gesehen, das ist, dass du sozusagen Squads-Mode wirklich Squads spielst, kommst von Anfang an mit einem anderen Team rein und kriegst dann immer mehr Punkte in die Hand bei jedem Minigam, umso länger dein Team überlebt. Und ja, dann mit der Season 5 wird ja dann dank Epic Games, die jetzt Squads aufgekauft haben, wahrscheinlich Crossplay dazukommen, wodurch ich mit dem Tanzbär Mr. QB und einem anderen Freund aufnehmen, streamen kann, was auch immer. Und darauf freuen wir uns alle schon sehr. Ja, es gibt wieder einen neuen Battle Pass, mein Bruder hat da schon ein bisschen gespielt, da gleich am Anfang gibt es irgend so ein hässliches Alien. Ich habe da jetzt den Unterteil, weil ich noch nicht den Unterteil von dem Ding habe. Ja, dann gibt es diesen richtig coolen Schad, das sind, na, hier ist sein Unterteil, Entschuldigung. Und da ist dann irgendwie so ein Disco-Typ, sieht auch cool aus, Laserbohne, hier haben wir Among Us, ah ja, es gibt jetzt die Among Us-Kooperation und ich weiß nicht, das ist jetzt nicht mein Lieblings-Skin, also Among Us erkenne ich da sehr wenig. Na gut, ist aber Among Us und ja, dann hier gibt es noch diesen Incognito. Ja, und zum ersten Mal gibt es auch 50 Level. Ja, ansonsten, das ist auch ein cooles Mod, ich habe es zum ersten Mal gesehen, äh, Falt und Destiny. Und das ist halt der dann, der ist auf Level 50. Die Season sehe ich gerade endet nur in 56 Tagen, das ist gar ein bisschen kurz. Äh, aber das stört mich gar nicht, wahrscheinlich dank Epic Games, weil die jetzt, äh, so ein großes Team haben, können sie jetzt in, äh, einer kürzeren Zeit, äh, dasselbe machen, deshalb gibt es jetzt mehr Seasons, finde ich auch. Und ja, dazu gibt es auch noch, das seht ihr jetzt gerade nicht, jetzt seht ihr es, äh, gibt es zwei neue DLCs, unter anderem Popstar, wie, äh, und Future Fashion, beide für 4,99 und, ja, da sind immer drei Skins enthalten. Ist jetzt nicht so besonders für mich. Ja, im Shop gibt es derzeit Frosch am Halsbord, Ober- und Unterteil und eben diesen Raumkreuzer. Sonst, ja, die Lobby wurde halt neu gemacht und das gibt jetzt hier so Challenges. Ähm, ja, also da kann man jetzt, das haben wir hier vorher gerade gesehen, genau, 60 solcher kleinen Dinger sind eine Krone und so, die kann man halt dann genauso ausgeben. Das heißt, man kriegt hier, äh, so ein paar Quests. Wir werden schauen, dass wir hier dieses Qualifiziere dich 20 Mal oder sowas finden. Heute werde ich es nicht mehr schaffen, aber vielleicht ein anderes Mal. und gewinne, vielleicht hole ich heute auch meinen ersten Win, ich weiß es nicht, aber ich schließe jetzt mal meinen Controller an und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn wir in die Runde springen. So, und da sind wir auch schon wieder. Back, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich muss das Kabel von meinem Bruder holen, der hat es mir eben mal geflaucht. Ja, aber wir sehen hier schon, die Rakete hat hier auch so ein paar Funkel als, äh, was sage ich, Funkel, wow. Sterne als Arme, damit irgendwie irgendwas fliegt bei der Ding, weil die hat ja eigentlich keine Hände. Ähm, ja. Sonst wie die Kräfte, ich habe da jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Ich freue mich aber jetzt auf die neuen Minigames. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, damit ich euch nicht so enttäusche. Wie sonst immer. Und die erste Runde heißt Wolkenrennen. Ja, die habe ich jetzt schon ein bisschen gespielt. Alter, die sind so cool. Aber der Sound ist irgendwie ein bisschen komisch. Also beim Sound sind sie irgendwie nicht ganz fertig geworden. Aber es ist cool. Ja, da seht ihr schon, das ist ein Monster-Level. Ja, das Ziel schaut endlich mal schön aus. Das Logo oben nicht so wirklich, aber egal. Ja, das hier heißt jetzt, hier sind die Pfeile nach oben, das heißt, wir werden so raufgezogen, dann kommt auch hier so ein Blubberblasen-Sound. Ey, das ist ja so ein Chaos. Ey, Kacke. Ich hasse die Leute, die einen festhalten und runter. Ja, morgen. Der Stern kommt da jetzt auch hoch. Ja, morgen. Ey, ihr seid alle so fett. Jetzt bin ich hinten. Nur weil da manche Faxen machen. So, easy. Da muss man nicht mehr drauf springen, weil dann schießt man die anderen da runter. Wichtig. Oh, da sind wir weiter. Das ist schön. Oh, wie, der Meister. Meister. So. Guck mal hier. Boom. Oh, der Erste ist schon qualifiziert. Aber das... Oh, schöner Boost. Schön. Aller, Vater. Wir haben richtig aufgeholt. So. Ach, komm. So. Easy. So. Und wieder raus und rauf. Alter. Wird ja noch knapp hier. Ups. Das hier rauf mit diesen Dingen schleunen, verstehe ich irgendwie nicht. Aber das muss es mich auch nicht. So, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Was auch zum Erwähnen ist, ist, dass es noch nicht eigenen Namen gibt. Es gibt noch immer diese zufallsgenerierten Namen. Nächste Runde heißt Schaltkreislauf. Oh, das kenne ich. Das ist so richtig cool. Nur, ich bin noch nicht qualifiziert worden. Äh, ja. Anderes Thema. Ähm, und... Aber ich glaube, durch die Epic Games... Also, dass sie jetzt zu Epic Games gehören, wird es wahrscheinlich dann nur noch mehr im Epic Games Store zur Verfügung stehen. Und auch kostenlos. So wie Rocket League. Stellt euch halt das vor. Es wurde halt aufgekauft. So wie Rocket League. Ähm, und... Ja. Äh, deshalb glaube ich, dass es dann die... Äh, dass man sich mit dem Epic Games Konto im Epic Games Store verbinden kann. Dass man dort kostenlos herunterladen kann. Und ihr fetten. Dann halt Spiegel. Ich zisch da irgendwo durch. Ich schaue halt, wo es gerade geht. Oh, das geht super. Da habe ich jetzt aber schon ein bisschen geübt. Also, das sind definitiv nicht meine ersten Runden. Lol, so gut war ich noch nie. Es macht's doch keine Faxen. Nein! Oh, danke. Kuss auf die Nuss. Ja, so. Und, ja, dadurch wird man dann wahrscheinlich... ...ist dann erst seinen eigenen Namen haben. Und das wird meiner Meinung nach erst bei Season 5 passieren, wenn die Xbox- und Switch-Version rauskommt. Alter, schön durchgehackt. Schön. So, zweite Runde. So. Alter. Alter. Ich bin so gut. Ich bin so gut in dem Game. Ich bin einfach zu gut für dieses Game. Aber da kann man auch auf den... ...sein. Ach. Und... Easy. Und... Schön. Echt, stört mich gar nicht, dass ich qualifiziert bin. So. So. Bap. Und wie immer sehen wir uns in der nächsten Runde. Wir werden übrigens heute noch nicht alle neuen Spiele sehen. Es geht gar nicht, weil es vorgeizt hat noch immer fünf Runden. Und wenn sieben neue Levels rausgekommen sind, geht das einfach nicht. Aber vielleicht sehen wir schon die neuesten, wenn ich es bis ins Finale schaffe. Aber ab hier habe ich mich nicht mehr qualifiziert. Das ist das Schlimme. Hoverboard. Helden. Okay. Ah, das kenne ich. Da, äh, komm, äh, da bist du so auf nem... Ach so. Ah, das Ding wird fahren. Und du musst dabei immer ausweichen. Aha. Interessant. Okay. Hoffen wir mal, dass wir mal qualifiziert werden. Ich... Ich... Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, denke ich mir doch so. Das fährt da einfach. Okay, das habe ich schon mal überlebt. Hier sind jetzt ein paar Sterne und sowas. Das finde ich cool. So Fidget Spinnen. Ich bin hier... Oh, Controller gibt's auch. Cool. Schaut schön aus. Ich muss vorne sein, dass wenn mich irgendwas trifft, dass mich die anderen back upen. So. So. Ich mach... Ja gut, das war's. Hätte ich warten sollen. Aber egal. Ja, nächste Stufe. Schmeckt. Dann spielen wir jetzt noch... Nee. Nee, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Ähm... Ja. Und wenn das dementsprechend so eintrifft, wenn ihr da mehr haben wollt von den neuen Minigames, dann wird's das auch in Zukunft geben. Auch im Multiplayer. Bis dahin verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Outro